Moin liebe Ilos, wir sind heute bei Bruns Männermode und ich befinde mich hier schon im zweiten Obergeschoss bei den Anzügen, die ihr im Hintergrund auch schon sehen könnt. Wir testen heute mit Julian zusammen die neuen Anzüge für die kommende Abiball-Saison oder auch für die Hochzeiten oder festliche Anlässe und ich würde sagen, ihr kommt jetzt einfach mal mit. Hi Julian, du suchst deinen Anzug für den Abiball, das ist jetzt dein erster Anzug, den du kaufst? Ja, mein erster Anzug. Okay, wow, also total aufregend. Genau, also echt was komplett Neues, ja. Dann würde ich sagen, wir holen uns jetzt mal einen Vollprofi dazu, der uns ein bisschen beraten kann, was dann auch Trend ist, wie ein Anzug sitzen sollte und dazu holen wir uns jetzt Martin und wir gucken auch direkt, wo der ist. Ah, da kommt er auch schon. Hi, moin. Guten Tag. Hi, ich bin Saskia. Hi, Martin. Super, und du berätst uns jetzt heute so ein bisschen in Sachen Anzüge zum Abiball. Richtig. Genau, wir haben schon mit Julian so ein bisschen gestöbert, erzähl doch mal, was suchst du? Also, ich brauche einen Abiball-Anzug. Ich habe mir hier schon ein paar Anzüge angeguckt und ich fände die Karierten echt klasse, aber blau und schwarz ist auch voll in Ordnung. Hauptsache sieht gut aus. Ja, wir haben auch hier vorne sehr starke, strukturierte Themen, sehr modisch gerade bei Hugo. Tiger of Sweden. Strassen haben wir auch dabei. Und ich finde noch den Club of Gens und den Cinque. Da würde ich erstmal sagen, machen wir einen kleinen Passform-Check von der Größe hier und dann zeige ich dir, was wir von Strukturen und Muster und alles da haben will ich. Erstmal wirklich, dass das Revers auch schön fällt, entspannt und dass die Ärmellänge dann auch entsprechend ist. Und hier würde ich dir die Ärmellänge dann auch mal optimieren, weil das ist ganz wichtig, dass noch ein bisschen das Weiße vom Hemd auch raus schaut, dass wir das auch modisch dann angeben, die Sache. Also kürzt ihr das direkt auch hier vor Ort? Genau, wir haben eine Schönerei oben im Haus und das ist auch wichtig, dass der Kunde dann hieraus auch dann direkt mit dem Anzug fertig weiter kann. Das ist ein bisschen schlichter, aber das ist so typisch Hugo, diese klare Linie. Ja, der gefällt mir auch sehr gut. Dann würde ich gerne mal mit dir zu den Accessoires kommen. Die meisten hatten noch nie eine Fliege bzw. eine Schleife oben und dann eventuell mit Hosenträger, ein bisschen cool. Ist auch ein cooler Typ. Stimmt. Dann muss das ja auch authentisch bleiben. Ja. Okay. Hier sieht man auch schon das Thema, blau und weiß, aber wir gehen einmal von groben ins Feine, weil es sollte sich immer ein bisschen abheben oder im komplett gleichen Oberstoff sein. Das sind einmal die weißen Sneaker, hier sehen wir jetzt auch einmal die Länge. Jetzt haben wir etwas viel Aufschlag, das würde ich dir auf jeden Fall noch kürzer machen. Das ist dann eine modische Länge ergibt. Und dann wäre es auch schon fast. Wie fühlst du dich? Total klasse. Also ich finde die richtig cool. Die machen auch mega Spaß. Ich will die ganze Zeit eigentlich wieder ran so umziehen. Wir machen die auf jeden Fall noch ein cooles weißes Tuch hier rein, nochmal als Finish. Und dann wäre das schon ein Outfit. Und dann können wir auch schon los. Ja, und wie ihr jetzt ja schon gesehen habt, geht ihr hier wirklich mit einem kompletten Outfit heraus. Das heißt, ihr bekommt hier Sneaker, Anzug, Schuhe oder auch eure kompletten Accessoires. Und kommt auf jeden Fall vorbei. Martin oder auch das komplette Team von Bruns, Männer und Moden steht für euch bereit und berät euch sehr, sehr gerne. Also bis dann und ganz viel Spaß bei eurem Abi-Wahl. Bis zum nächsten Mal.